Kapitel 1 Bringen, weiß ich nicht, ist zu schnell geladen Wenn die Spiele zu schnell laden Dann sieht man nicht mehr, was da unten steht Scheiße Keine Ahnung, das ist doof Ähm, wo waren wir denn jetzt hier Eigentlich zuletzt gestiegen geblieben, das war War hier nicht der Raum Irgendwo gewesen, wo die Typen sich über Ihren großen Über ihre Waffen unterhalten haben, ich meine Irgendwie so war das doch Okay, gehen wir mal hier rein Ach, das war hier Ist das zu glauben, ich wette, die nehmen ihre Gewehre mit ins Bett und geben denen sogar Die waren das Ey Ich dachte, ich hätte irgendwie hier danach gespeichert Aber naja, gut, macht ja nichts Dann machen wir einfach nochmal an der Stelle weiter Das war hier mit seinen Riesen-Dong Oder wie hat er das denn genannt? Ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas mit Penis war es auf jeden Fall gewesen So Das skippen wir einfach mal Skippen, sagte ich, danke Alles haben wir ja schon gesehen So, ich heil mich einmal Ich speichere kurz und dann Gehen wir in den nächsten Raum rein Ja, Kapitel 2 Verborgene Wahrheit Ja gut, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja auch noch den einen Schritt weitermachen können Ey, hör mal auf da Du gehst auch mal kaputt Zum Glück haben die gerade nicht getroffen Keine Hände Das ist nicht mehr fest Okay 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 Geheimnisse hinter der nächsten Tür Na gut Warum auch nicht Alles auf Nehmen wir mit Nächste Tür Offenbar Nicht diese Tür Ich nehme noch ein paar Painkillers mit Warum auch nicht Kann man ja mal machen So Hier lag noch ein Mammoni So, ich speichere nochmal Weil wir kennen das hin Hö Drecksack Das war nicht in Ordnung Oh, Minen Minen Oh, hat sich ausgemint Dö Ja nun Das ist, würde ich sagen Eine sehr heiße Nummer Und lass mich raten Ich muss dieses Rohr drehen Ja, natürlich Kann ich das auch wieder aufmachen Schade Hätte ich ja sein können Hallo Okay, wo haben wir Mit Was? Wo macht ihr denn alles kaputt? Aua Du bist ja Drecksack Du musst auch irgendwann mal nachladen Das ist nicht in Ordnung Was du hier machst Durchgehen schießen Gibt es nicht Was ist das denn? Dieses Stück Pizza Wie es aussieht Oh Nom, nom, nom Äh Okay So, ich brauche mal eine Granate Das war natürlich mal geil Du wirst wie ein Mädchen Max Payne wirst wie ein Mädchen Deswegen auch Minimi Payne So, hören Sie mal auf zu brennen Das ist nämlich immer so heiß Sehr gut, dass ich hier gleich eine Granate wieder finde Nehme mich doch glatt mit Sag mal Da bin ich doch gerade hergekommen Das ist eine Frechheit Das ist eine absolute Frechheit Ah Ja, genau so wie das Das ist eine Frechheit Das ist eine Frechheit Huch Ja Hm Do it, gamma So, aus Hey, hör mal aus Wo macht man das kaputt Was soll das Mit welchen Effekten macht man dies Weiß ich mal nicht So, jetzt aber Das war schöner beworfen Ach ja Ich müde da so eine heiße Nummer hier Hm Warten auf das, was kommt Feurio, oh Feurio Aus damit So, jetzt speichere ich hier noch Steller So, der Drecksack Geht da eine Kugel in den Wand Was ist aus mit dir, du Sau Oh Mann Ja Das war der gewünschte Effekt Ich dachte, die Kugel fliegt da auch langsamer Hat sie ja eigentlich auch gemacht Aber Nicht so glücklich Oha Man kann ja hier nicht geduckt laufen Ah Weißt du, da locken sie einen in die Ecke So, guck mal Da liegt Munition Oh, super Komm hier jetzt da rein Das ist doch kacke Muss ich mich jetzt verkokeln? Hm Das war ich ja mal Ja, natürlich Da kommt man so nicht rein Wie kommt man denn da rum? Ähm Ähm Entschuldigung Heise Nummer Ähm Willst du draufschießen? Nö Auch nicht Komm hier jetzt rein So nicht Hier passt wieder jemand nicht auf Danke Vielen Dank Ah Uh Präzisionsgewehr Ich habe mal ein Präzisionsgewehr gefunden Das ist gut Gleich an Nie mal alles kaputt machen müssen So ne Prägliche Bande Hallo Die gehen bitte kaputt Dankeschön Äh Kann ich hier dann planen? Ja Geht Da kommen wir auch lang Wir müssen jetzt hier Ich muss nach unten Sieht aus, ne? Ähm Puh Nach unten So Und so Und Die ist bestimmt zu Natürlich Okay Den Mechanismus haben wir mittlerweile geknackt Hä? Wo denn? Da Da ist nicht in Ordnung Wenn der Gegner nicht sieht, ne? Echt halt Das machen wir mal kurz auf Da müssen wir eh gleich rein Gehe ich mal von aus Das sah nämlich so aus Ja Da ist man gerade noch Miss Sack Da ist man gerade noch überrascht darüber Was da passiert Und im nächsten Moment Geht man direkt einen auf die Nutze Das wird auch mal sehr gut getimt hier Das sind alles ganz gemeine Grifler Finde ich nicht in Ordnung Geht ihr auf? Ne, geht nicht auf Okay, das weiß an Oh, mach doch nicht alles kaputt hier Ihr müsst das doch dann wieder Möser reparieren Blöde Hynies Baa 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 Gehen Sie auf damit Kommt auf, kommt auf Gehen Sie kaputt Boah, das ist immer alles kaputt machen müssen Das ist bestimmt hier hoch, ne? Ne? Ne, hier hoch Äh Äh So Ah, okay Da hinter Hier ist wieder eine tolle Spinde Da ist nichts drin Da ist ein Molotow-Koktail Muss ich was drücken? Äh So, was geht hier rein? Ähm Muss ich jetzt da hoch? Na toll Du spinnst wie ein Mädchen Mann Ah Das muss ich wieder mit so einem Bestimmt mit so einem Ding ins Jump machen, ne? Okay Auch nicht, ne? Shit Komm ich denn da hoch? Hä? Muss ich da überhaupt durch? Das sieht mir nicht so vergeben aus, das Ganze Ich glaube Kisten schieben können wir hier nicht, ne? Nee 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 Nee, das geht nicht Ähm Hm Na, geh da hoch Wie komm ich denn jetzt da rein? Hier ist nix Kann man auch nicht verschieben, nein Hier kann man nix drücken Das ist ja auch wirklich hoch Hä? Hä? Hm Hm Nee So geht's nicht Hä? Ich bin wahrscheinlich einfach wieder nur zu doof zum Hüpfen Können ich werden Äh Äh Hä? Äh Och Mann Hat das immer das hier eine Geschicklichkeitseinlage Äh Och Geschafft Delta Können Sie auf mit der Granate Oh Gott, ein Glück sind die explodiert Ein Glück Oh Huah Weißt du, ich wollte gerade noch speichern Ich wollte gerade noch speichern Weil ich mir gedacht hab, jetzt bin ich einmal da oben Manu Doofis Ihr seid doof Hör auf Boah Ich sagte, ihr seid doof Ist der tot? Ja Uff Ich kann nicht mehr nachladen Ach so, ist nachgeladen Ich krieg gewundert Funktioniert eigentlich die Anzeige? So Ups So Ups Oh Mann Wo ist nix Tür Auf So Äh Och Hä? Und sieh auf damit Kirch da hoch Oh Alarm 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 So Das lass ich mir jetzt nicht nehmen Nein Speichern wir noch Die Tür offen Natürlich ist die zu Was auch sonst Guck mal, denn ist noch was Das ist doch noch so ein Regal Komm ich da hin Oh nein Lass mich nicht Muss ich jetzt hier drüber? Oh nö Sieh auf damit Drecksack Muss ich natürlich wieder Gegner reinschleißen Ne? Hahaha So Oh, geschafft So Jetzt hab ich wieder 5 Painkillers Jetzt wird ich verschwenderisch, ey Äh Oh Raketen Äh, Granadenwerfer Hurra Höhö Hehö Äh Der Monitor zeigte mir den Weg. Ja, gehen Sie nach Osten. Ich gehe gleich zum Monitor. Ich sammle aus meiner Zeug ein. Ihr wisst ja, wie es ist. Tür auf, nix. Prozessdiagramme füllten die Bildschirme des Kontrollraums. Alle, bis auf einen. Ein Aufzug mit dem Namen D6 auf einem der Bildschirme. Irgendwo voraus. Auch nicht noch mehr Gegner sind. Das wird ja hier zur Schlacht... äh, Bank, sozusagen. So. Sind wir noch was? Ne. Ok. Hm, hallo. Verstehen. So. Wegrotzt. Anders kann man es ja gar nicht nennen. Das ist wirklich ein Rotzen. Wegrotzen von Gegnern. Das kann... nein. Da geht's nicht rein. Ah, ok. Zeug. Wir nehmen die Abkürzung. Zum Glück hat's geklappt. Bei meinem Glück manchmal. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß gar nicht. Hm. Gehen. Ah. Geheimtüren. Interessant. Geh auf. Nix. Geh auf. Geh auf. Munition. Hm. Da liegt was. Was machen Kräne so? Kann ich nochmal? Nein. Schade. Was hat das jetzt gebracht? Ah, man kann es wahrscheinlich einschließen. Ich probier mal was. Das geht sogar. Wer hat das nicht schon mal gemacht? Ein Eisentor mit einem Baseballschläger kaputt gerotzt. Freilich. Der Tod. Ach, Mann. Ich hab heute wieder mal keinen Glück mehr mitbegriffen. Wie ist denn? Schiss gegen Wunde. Komm ich ja durch. Eh. Geh kaputt. Ich möchte dafür keine Munition verwenden. Ah, geht doch. Sehr harte Tür. Muss man schon mal sagen. So. Geh. 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 Oh. Ich seh dich. Oh. Ehh, das ist so unfassbar. Mit was hat der denn wieder geschossen? Dass der so dermaßen gleich über einen umrottst. Geh. Weg ey. Oh. Ich hasse dich. Oh nein, Mann. Cold Steel. Oh. Ähm. Ähm. Was ich da rein? Ich will ja nicht lang. Warum sind hier so viele Einschusslöcher? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ah. Heiß. Das sind Minen, ne? Jetzt nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guck ich da einfach so durch? Ah, das ist so heiß hier. Uh. Der hat auch noch einen Sniper. Ja. Da war dieser eine kleine Schritt. Der eine kleine Schritt war ein kleiner Schritt zu viel. Kein großer Schritt für mich. Nein. Nur ein kleiner Schritt. Ah. Ja. Danke. Das geht schon wieder gut los. Wollte eigentlich nur den Schritt zur Seite machen, um die blöde Mine abzuschießen. Aber das war wohl nicht. Das war wohl nicht. Ah. So. Das wollte ich eigentlich tun. Ey. Eben konnte ich diese blöde Munition einsammeln. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Ist eindeutig zu heiß. Lass sie jetzt liegen. Ist mir jetzt egal. Geht's einfach vorbei. Sieh auf damit. Lass mich rein. Warum zum Teufel. Warum? Warum? Mann. Das ist nicht fair. So. So. Geh kaputt. Oh hoffentlich steht ich nicht im Feuer. Heiß. Ne. Wart doch. Das gibt es nicht. Ja mach die Tür zu. Geh jetzt woanders lang. Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Der will mich doch einfach nur verarschen. Ach Mann. Ey. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Scheiße ey. Geh doch nicht. Kaputt ey. Ha. Nö 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 nö. Nö nö nö. Hände sie auf damit. Brennpunkt. Brenn. Wenn ich mich rein stelle, bin ich dann im Brennpunkt? Wie ist das? Ich geh mich doch nicht so aus. Kacke. Oh. Nicht getroffen. Och. Das gibt es doch nicht. Hört doch mal auf damit. Leute. Das ist nicht fair. Sehr gut. Die ist kaputt. Komm ich da rein. Hallo. Nicht über diese kleine Kante drüber. Was ist da los? Was wollen wir das? Das ist nix. Ey nein 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 nein. Hören Sie auf damit. Warte mal. Ich hab doch einen Sniper. Wo ist denn der? Hallo. Ihr gehst ja mal tumpen. Hä? Meine Güte was war denn das hier jetzt? Das war komisch. Das war richtig komisch. Nicht überhaupt richtig. Aber in dem anderen Raum ging es auch noch weiter. Das ist ja komisch das alles. Oh toll. Das ist kaputt. Warte mal. Warte mal. drauf drinnen. Oder? Was war denn hier dazu? Das wäre ein sehr guter Plan. Ach man kann da im Allgemeinen nicht drauf sitzen. Okay. Gut. Dann gehe ich woanders lang. Da ist gleich noch eine obendrauf. Und das waren jetzt 66. Danke. Da ist doof. Rein in die Kiste. Ist das hier eigentlich brennender Stahl oder was? Na gut. Hör auf. Hallo. Nicht ins Gesicht schießen. Oh. Das war aber auch ein sehr, sehr, ähm, ne? Was ich da nicht auf die Rote, auf das Rote Fass geschossen habe, wo der da drauf saß. Also dahinter saß. Nee, davor saß. So rum. Hm. Geh mal her. Okay, jetzt haben wir die Lücken zugemacht und... Da muss ich jetzt wieder hin? Bin ich da nicht gerade hergekommen? Quatsch. Äh? Hör auf. Hör auf. Hier bin ich doch gerade hergekommen, oder? Ach, hier kommt ich eben hier. Hat sich hier uns gewehren können, weiter. Aber ich habe da jetzt sonst nichts weiter gekonnt, hier. Gibt es doch nichts. Also muss ich... War wahrscheinlich nur, um das Zeug hier einzusammeln, gehe ich mal von aus, ne? Da muss ich mich doch hier hinten lang. Doof. Große Preisfrage. Wie komme ich da drüber ohne zu sterben? Wir werden es vielleicht herausfinden. Immer nix runde. Ähm. Das war wieder ein Tod. Äh. Es könnte jetzt, glaube ich, mehrere Tote geben. Ich weiß das ja nicht. Oh ja. Oh Mann, ey. Gibt es hier nicht einen anderen Weg? Vielleicht hier? Oh ja. Aha. Wo kann man das machen? Tja, von wegen. Es gibt mehrere Tote. Nicht mit mir. Also, nicht jetzt. Oh. Sackgesichte, ey. Was ist das da oben? Das ist wie eine Alarmanlage oder sowas. Eine Sirene, ne? Hm. Ich hab's gewusst. Hallo? Geht diese Scheiß Türme auf? Party? Meinst du, das ist eine Disco-Kugel? Könnte sein. Ne, ist ein Aufzug. Ah. Ein Aufzug. Nach. Unten. Vielleicht. Verluste? Viele Verluste. Kapitel 3. Dieb 6. Ich spielte den Part des berühmten Detektivs Bogart als Marlow oder als Sam Spade auf der Suche nach dem Malteser-Falken. Kein Geheimnis war von mir sicher. Okay. Ich folgte dem Pfad der Hinweise bis hin zur endgültigen Lösung, selbst wenn er mich tief hinunter in die kalten Katakomben eines Grabes führen sollte. Hm. Ja, okay. Das können Sie nicht tun. Meine Männer sind noch da drin. Wieso das hier Operation Dead Eyes heißt? Entgriff der Klonkrieger. Nur mit anderen Krawatten. Der eine so. Der andere so. Er ist, glaube ich, tot. Los geht's. Vor allen Dingen, sie haben ja die ganze Zeit so nach oben geschossen, ne? Also haben sie die ganze Zeit so die Luft abgeballert. Ich meine, weil der fällt wahrscheinlich nach ein, zwei Schüssen, fällt er doch um. Evakuieren Sie ihn. Wir haben versucht. Ah. Ah. Der Lutscher. Hallo. Selbstzerstörung, das ist ungeil. Ich habe das Logo auf dem Boden schon mal gesehen. Das da? Er steht da. Pro-pro-pro-pro-pro-keine Ahnung. Alles mit Valhalla. Keine Ahnung. Unter dem Stahlwalzwerk befand sich ein alter Bunker. Ich kannte das Militärabzeichen auf dem Fußboden. Ich hatte tausend Variationen dieses Zeichens auf den verrotteten Ziegelwänden der Stadt gesehen. Anstelle des Schwertes eine Spritze. Projekt Valhalla. V für Valkir. V für Valhalla. Das las ich wie eine gottverdammte Verschwörungstheorie. Oh mein Gott. Valkir, Valhalla. Ja, natürlich. Ne? Also Selbstdestruction, Selbstzerstörung ist eingeschaltet, bleibt eingeschalten. Und, äh, ja. Tröd. Ja. Tröd. Hallo. Abbruch, 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 die Selbstzerstörungssequenz ist aktiviert worden. Du brauchst hier verdammt nochmal, die ganze Anlage exkliniert. Entschuldigung. He, 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 he. Doch, wies. Gleich drei Leute mit einmal weggeballert. Das hat sich gelohnt. Das war mal ein guter Tag. Glaube ich. Ne? Warum auch? Ist ja rot, ne? Ich heil mich mal. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann speichere ich. Dann geht's weiter. Ich habe den hier drinnen auch noch mitgenommen. Okay. Ich glaube, der war schon vorher tot. Oh, oh. Läuft. Da. Hier ist nichts weiter. Okay. Blaue Lichter. Sie leuchten blau. Tröööö. Trööö. Das ist kacke mit dieser Selbstzerstörung, ne? Ich meine, die sind mal schön aufgeschmissen. Wir müssen nicht schnell raus. Ja, deswegen sollte ich vielleicht auch nicht trödeln. PIN required. Schade. Benjamin nervt, so lerne ich nichts. Tröööö. Du sollst ja auch nicht lernen. Irgendwann hat es doch mal ausgelernt. Hm. Kacke hier. Tröööö. Tröööö. Dekontamination aktiviert. 6, 6, 5. Könnten wir uns, glaube ich, gerade so merken. Dekontamination beendet. Komm ich da rein? Das war es aber auch. Mehr kann ich auch nicht machen. Toll. So, ähm. Wo war das jetzt gewesen? Irgendwo hier drüben, ne? Äh. Achtung, wenn alle mit Arbeitern. Ähm. Wo war denn jetzt diese Tür? Uah. Jo. Ne, jetzt ist schon wieder zu weit. Wo war die? So, bist du. Da. Ne. Ah, da. Ey. Wer hat die doch gerade gesehen? Och, Mino. Muss ich die jetzt extra nochmal aktivieren? Äh. Ja. Da. Der Chemiker hatte vor seinem Tod die Arbeitsstation benutzt. Die Halbwertzeit der Laborrate hatte online geendet. Sein Passwort blinkte noch auf dem Schirm. 6, 6, 5. Der Nachbar des Teufels. Ja, der Nachbar des Teufels. Das ist auch cool. 6, 6, 5. Der Nachbar des Teufels. Hallo. Schon ist die Tür auf. Und wir fahren. Denk mal nach oben. Nein, nach unten. Noch tiefer in den Bunker. Ja, bei einer Selbstbestörung ist das natürlich geil. Noch tiefer in den Bunker reinzufahren. Warum noch nicht? Höh. Block B. Hallo. Kein Name da. Hallo. Puh. Tote Leichen. Tote Leichen. Oder tote Militärleichen. Irgendwie sowas. Hey, Edric. Holen Sie mich hier raus. Ich bin unnötig. Lassen Sie mich raus. Schönen guten Tag. Muss ein deutscher Wissenschaftler sein. Der guckt grimmig. Ich brauche Sie, um durch die Luftschleuse in der Entgiftungskammer zu gelangen. Yo. Den Verrückten. Der Schub fliegt in die Luft am Himmels Willen. Entweder das oder zurück in die Zelle. Sie haben die Wahl. Okay, okay. Ich tue es. Ich tue es. So von wegen. Ja, ich brauche dich, um durch die Luftschleuse zu kommen. Aber wie du dann rauskommst, ist mir scheißegal. Was ist das? Hä? Hm. Töre. Ach, ich doch. Komm mal auf. Uh. Wo kommt ihr denn noch her? Sauerei. Ja, ne, er haut ab und er ist tot, glaube ich. Ich glaube, er ist gerade gestorben. Spauer! Ich dachte, das wäre gepanzertes Glas. Also kurzzeitig dachte ich das, weil sie mich nicht getroffen haben. Drecksäcke. Hm, ich glaube, hier gibt es kein gepanzertes Glas. Achso, dadurch. Und hier drüber. Heiße Sache. Möchte jemand Barbecue? Ich meine, das würde sich gerade anbieten dafür, ne? So ein bisschen hier so auf offener Flamme grillen. Wäre schon geil. Kann man auch mal machen, würde ich sagen. So, Tür auf. Tür zu. Auf geht das. Auf geht das. Ich saß mitten im tödlichen Netz des Falles Valkyr. Ähm. Ähm. Wieso gehen die nicht alle kaputt? Das ist doch kacke. Mist. Oh. Oh. Puh. Mal wieder ein anderer Waffe. Granaten sich zu verteidigen ist immer ein bisschen schwierig. Der Schirm des Labor-Terminals zeigte das Logo des Projekts. Oh, das klingt gut. Schränkeheim. Projekt Valhalla. US Army. Iktrasil-Netzwerk. Walhalla. Das Jenseits in der nordischen Mythologie, wo die Mutigsten der Helden ihr Leben nach dem Tod in alle Ewigkeit mit Feiern und Kämpfen verbrachten und ihre Wunden Nacht für Nacht auf wunderbare Weise geheilt wurden. Walkir, Walküren. Jungfrauen, wie die tapfersten Krieger der Wikinger auswählten und sie nach Valhalla führen. 1991. Forschungsziel ist die Erschaffung einer chemischen Substanz, die Ausdauer und Moral der Infanterie-Truppen verbessern sollte. 1995. Ergebnisse unbefriedigend. Projekt abgebrochen. Jemand hatte beschlossen, dieses kranke Experiment ohne Erlaubnis fortzusetzen. Projekt gefährdet. Daten nach außen gedrungen. Beheben Sie das Problem um jeden Preis. Sicherheitsstufe rot. Autorisiert durch die Projektleitung. Feldversuch. Dosis für die verbleibenden Testpersonen verdoppeln. Subjekte beobachten und ihr Verhalten in urbaner Umgebung aufzeichnen. Der Einsatzort war meine alte Adresse in New Jersey. Die Akte genau drei Jahre alt. Oha. Gerade wenn man glaubt, die tiefsten Abgründe des Schreckens erreicht zu haben, wird es plötzlich viel schlimmer. Wie sollte man die leise Stimme in seinem Kopf abschalten, die flüsterte, dass man froh sein müsste, dass deine Rache jetzt, wenn nicht schon vorher, auf jeder moralisch vertretbaren Skala zu rechtfertigen wäre? Diese leise Stimme bewies gegen jeden Zweifel, dass ich verdammt war. Hm. Was ist das? Der Traumwettel-Sennig-Absetzen war vor langer Zeit gekommen und wieder gegangen. Der Name ist für mich nichts mehr. Der Name des Bunkers wurde zur selbst erfüllenden Prophezeiung. Ich wüsste gar nicht, dass Max Payne was mit der Nordischen Mythologie am Hut hat? Ich auch nicht. Ist mir auch neu. Lass mal. Da sind wir schon mal zu zweit, was das angeht. Ich glaub, hier soll ich nicht hin und zu treiben. Nein. Ich hätte das tun können, aber ich will nicht. Ich glaub, ich muss hier hin, vielen Dank. Ah, da ist der Benjamin wieder. So, jetzt geht's nach oben. Jetzt fahren wir nach oben. Tür auf. Ah, jetzt sind wir hier drinnen. Da wurden eben die Gegner ausschossen. Oh. Das hat die Tür aufgemacht. Ja, und hier standen wir eben, wo wir eben aufs Malbekommen hatten. Wir sind uns ein bisschen abgeballert. Ja, Drecksäcke. Ja. Ja. Ja nun. Das war nicht so schlau, da drauf zu schießen. Ich glaube. Ja. Ich will mal den Death-Count. Danke. Wolle ich jetzt da durch? Wie? Hä? Ach, das geht jetzt auf einmal. Äh. 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 Beeilung. Oh, kacke. Fahr schneller. Schneller. Wah. Wah. Oh, kacke. Fahr doch schneller. Wah. Oh, kacke. Zum Glück stein ich nicht auf dieser Drecksluke. Oh. 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 Das war knapp. Uh. Du setzt ein Puzzle zusammen und das endgültige Bild zeigt dich beim Lösen des Elben-Puzzles. Ein verrückter Kinder mit frühen Augen steht hinter dir eine Wirklichkeit geborgene Großstadtregende. Die Testpersonen des Projekts Valhalla waren die verrückten Junkies, die meine Familie getötet haben. Der Rest war einfache Mathematik. Alles führte zu ihr. Miss Valkyr. Die Fabrik ging hinter mir in einem blühenden Inferno in die Luft. Alle meine Beweise waren tot, verwandelt in Rauch und Asche. Ich hatte die Orientierung. Seit Millionen Jahren hatte ich nicht mehr geschlafen. Hm. Dann wird es ja mal Zeit, wieder mal ein bisschen zu pennen, ne? Kapitel 4. Betrügerischer Bastard. Ich fühlte mich dünn wie der Tod. Ich hatte mich von einem endlosen Vorrat wochenalter Donuts ernährt. Sie waren der Treibstoff für das verrückte Höllenfeuer in meinem Kopf. Seit ich unter die Totengräber gegangen war, konnte ich mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal die Sonne gesehen hatte. Mit der Dunkelheit verwandelte sich New York City in etwas Dunkles, anders als in den alten Songs von Sinatra. Böse Dinge geschahen in der Nacht in den Straßen dieser anderen Stadt. New York City. Ich saß in einem 24 Stunden Deiner und trank literweise übel schmeckenden Kaffee. Eine neue Nachricht von BB brachte mich wieder auf die Spur des Killers. Was zum Teufel ist in der Roscoe Street passiert? Maxi, ich bin in einer üblen Lage. Wir müssen das besprechen heute Nacht 2.30 Uhr im Choir Communications Park aus. Je mehr ich über den Mord an Alex und über den Verrat nachdachte, desto mehr sah es nach der Arbeit eines Insiders aus. BB hatte mich verkauft und jetzt wollte er beenden, was er begonnen hatte. Die Garage war menschenleer. BB trug einen maßgeschneiderten Anzug, eine golden Uhr und passende Manschettenknöpfe. Alles viel zu teuer für einen Kopf. Maxi! Dieser unverbindliche Bastard. Er war so schuldig wie die Hölle. Wofür zum Teufel steht BB eigentlich? Betrügerischer Bastard? Komm, hör schon auf. Rauch ne Zigarre. Ich rauch nicht. Maxi, du hast ja keine Ahnung, wie groß die Sache ist. Sie ist riesig. Wow. Ich denke schon. Du bist ein mieser bestechlicher Kopf, der seinen Partner verraten hat. Die Gangster in der Subway waren ein Geschenk. Schwer zu verfehlen. Ich wette, mit Alex war es genauso. Auge in Auge. Das hier kannst du nicht gewinnen, Max. Nein, aber ich kann dafür sorgen, dass es auch jemand von euch tut. Es stellte sich heraus, dass BB nur ein weiterer Strom anbaut. Oh. Das bestudelt der Mercedes-Mann. Los, los, los! Ein mieser Kopf, der absahnen wollte. Ein Feigling, der sich aus dem Staub machte und die Drecksarbeit von seinen Gorillasorgen entlässt. Oh, nö. Ich hab grad mal relativ gute Hilf, also... Es sind noch mehr von euch jetzt schon. Aufhören! Sterb! Ah! Warte! Ich kann immer nur auf eine Seite schießen, auf mehrere Seiten geht nicht. Das ist blöd. Oh! Drecksack! Na gut, außerdem auf die Distanz mit der Schotty ist... Einfach. Geh mal kaputt! Warte, ich muss nachladen. Oh, jetzt sind wir schon bei der 70 angekommen. Ey, 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 ey. Bei der 50 angefangen. Äh, 55. Aber warte mal. Ich hab doch hier... Bäm! Oh, und schön die Kniescheibe zertrümmert. Da war volle Kanüle, ey. Ey, ey, ey. Ähm... Was ist das? Der Schnee sah still? Wahrscheinlich. Weiß es nicht. So, ähm, habt ihr noch irgendwas Schönes für mich zum... Nein? Wollen wir alles ein bisschen wegsnacken hier. Oh, der auch nicht. Der? Auch nicht. Jetzt mal, wir müssen nach da unten. Aber... Ich guck erstmal noch zu dieser Tür. Weiß ich nicht. Aufzug, ne? Ist zu. Und die Tür? Auch zu. Schade. Hey, du! Boah! Auf damit. Hey, du! Hey, du! Stopp mal! Also... Warum nicht gleich so? Tja. 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 Da bist du mit deiner Waffe aufgeschmissen, ne? Auf die Distanz. Oh, Heini. Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho weil er eine Krüger in Frau sein kann sein weiß es nicht geht nicht auf da lecker Penkelas Erik hat im übrigen Nitrazepam als Schlafhilfe empfohlen was auch immer das ist das klingt Nitrat irgendwas pulver mäßiges und auf damit ich hasse euch sie immer dann um die Ecke kommt wenn ich gerade woanders hinguck boah grrrr sollten sie jetzt bitte das Todes sterben manchmal ne, wollen sie aber auch nicht auf die Distanz ne klar, freilich wenn ich mit der Joddy auf die Distanz schieße, dann ist hier, ne, geht gar nichts macht er das, ist das boah warte ich bin zu voll von euch ihr liegt nach Magie keine Pirouette die du dir gedreht hast liegen bleiben wie wärs denn damit hu 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 ich dachte ich mir schon hu holy shit haben wir auch noch mal ordentlich getroffen äh wie sei lab war nicht irgendein Penke los ne, das war da hinten glaube ich äh, wieder aufpassen bam 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 so, geh tot das Ding ist auf die Distanz auch nicht so geil irgendwie weiß nicht warum geht zum Exit ich hau ab ne, schade doch nicht äh, nimm kurz speichern von da hinten kam die Drecksicke, ne wo sind sie hallo hallo komm doch raus oh sowas von daneben geschossen bist du für einer mein dicker na danke irgendwie geht der Befehl nicht komischerweise also der Counter geht nicht nicht wirklich komisch, ne ja, wie gesagt, vielleicht liegt an der Krülerinphase ja, das ist mein Name so heiß ich manchmal weg mit dir oh kaputt so, geh weg oh, ey wieder dieser eine Treffer, ne meine Güte doof, komm der hat sich gerade selber gesprengt würde ich sagen nein jetzt wird ja leicht wollte ich gerade wollte ich das Zeug einsammeln ach, Mann da war da noch einer hier sind aber auch wieder so viele Gegner vor allem wie viele Etagen hat dieses Parkhaus das ist jetzt schon die dritte meine Güte wie wird die Kopffeuer gespaltet kann ich auch so mal gucken wie das Ding schießt ich schieße die ganze Zeit eigentlich nur mit der M16 ja, ich bin gerade gestorben ist richtig da muss noch einer drauf ich hätte gerne noch mal ein paar ich denke, dass ich bin da immer sehr ja, ich kipp die mal gerne aus nein tot du auch diese Typen, ne wie lange um die Ecke? ne keine um die Ecke das Auto mit den bösen Waffen drin ist auch nicht da oh weg weg oh der ist doch tot gewesen kacke gibt es doch nicht weißte was komm raus boom hab ich das alles mit einem Sniper oh oh shit hat er gerade das Schloss zu gemacht? das ist der Sack ne das machst du auch schön ist die Gegend und die alle äh die da sonst nix ne nix weg die andere Seite ging los 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 Also es ist lächerlich was ihr da tut. Ich dachte schon ich kann nicht da durchschießen, dann ist das ewig nicht gestorben der Typ. Aber ich brauche mal Painkillers. Hast du Painkillers? Ne. Ingram und Desert Eagle. Besser als nix würde ich sagen. Geh kaputt. Fassbar ne. Interessant in den Containern, die auf jeder Etage in dieser Ecke stehen, ist immer was drin. Oh. Ey. Keinen getroffen? Wieso haben das hier nicht getroffen? Was war das jetzt? Das war komisch. Wow. Weg mit dir. Kommt bestimmt noch einer. Da redet jemand. Oh nö. Mann. Den einen erwischte und den nächsten natürlich nicht. Blöd. Ne, 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 ne. Hör mal auf. Hör mal auf. Komm schon weg mit ihr. Oh nö, 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 nö. Die haben sie aber auch echt in sich die Typen. Hallo. Ah. Ah, ha, 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 ha. Oh. Oh. So. Jetzt aber. Eigentlich knapp einen halben Kilometer daneben geschossen. Ist egal, ob der ist tot. Oh, Pankylos. Uh, her damit. Hm, nom, 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 nom. Klar, hier reinfallen. Oh. Das gibt es nicht. Warum steht denn da jetzt noch einer? Oh. Meine Herren. Oder? Vier Schuss für zwei Typen. Jetzt habe ich keine Money mehr. Ich werde wahnsinnig. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Warum? Haha. 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 Wenn ich mit schweren Schützen auffahren soll, dann fahre ich halt eben mit schweren Schützen auf. Dann machen wir das halt eben so. Da klingt jetzt mal nix. Boom. Ja, Pain. Pain in die Ass, mein Freund. Oh, ist weg mit dir. Lüger hat er nicht getroffen. Hier rein. Ein Radio. Berichte über ein Feuer auf dem Puccinello-Anwesenden Westchester. Auf dem Anwesen lives Angelo Puccinello. Der mutmaßliche Kopf des Puccinello-Clans. Nach Angaben der Polizei ist Max Payne entgegen früherer Aussagen noch am Leben und auf der Flucht. Er setzt seine Vendetta gegen die Mafia fort, wenn dieser letzte Akt der Brandstiftung zugeordnet wird. Ich konnte mich nicht erinnern, irgendwelche Feuer gelegt zu haben, aber ich erinnerte mich an die Flammen. Ja, es war ganz schön heiß. Aber auf Feuer haben wir, glaube ich, keins gelegt. Also, nicht direkt jetzt, so würde ich sagen. Also indirekt vielleicht schon, aber direkt eher weniger. So, einmal safen. Okay, das war klar, dass da wieder einer kommt. Oh, da war ein Kopfschuss. Mindestens einer dabei. Ja, die brauchen noch ein bisschen mehr Kugeln auf die Distanz. Seltsamerweise. Exit only. Ja, mach den nur, mach den nur. Oh! Was war das? Ähm. Hä? Was ist da passiert? Einfach nichts Gutes. Hallo! Uhaha! Nee! Och, Menno! Och! Der Shooter ist wirklich nichts für mich, habe ich so das Gefühl. Gehen einfach nicht tot, die Jungs. Hm, nee. Da ist nichts. Da ist nichts. Ach, der brennt schon. Ja. Okay. Nicht mein Problem. Oh, wo kommt denn der jetzt her? Oh, da ist ein Auto. Der auch. Ich hoffe, da kommt keiner weiter. Hallo! Gut dann. So, weg mit dir. Hört euch. Hm. Ah, nee, ist ein Telefon. Ich dachte, da liegt jetzt wieder ein Painkiller. Und ich habe nicht gesehen. Geht trotzdem, muss man nach jedem. Egal. Baaah. So. Beamer. Baaah. Glück. Bip, 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 bip. Ja. Da ist nicht gut, wenn ich speicher, dass dann hier irgendein Typ kommt. Das ist nicht was. Auf die Distanz wieder. Ich habe keinen Sniper mehr, glaube ich. Oh, Mann. Nee, keinen Sniper mehr. Shit. Drabi nicht. Ähm. Stöcke bekommst du in Minecraft, indem du ein Stück Holz nimmst. Das ins Craftingfeld reinziehst. Und dann, dass die Bretter, die dann da rauskommen, nochmal ins Craftingfeld oben reinziehst. Dann kriegst du Stöcke. Aber normalerweise in der neuen Minecraft-Version müsste das, ähm, in den, ähm, wenn du, wenn du die ganz neue Minecraft-Version spielst, hast du, wenn du das, ähm, Crafting-Menü aufmachst, hast du ein kleines Buch und da kannst du draufklicken und da siehst du die ganzen Rezepte. Wie man was zusammen craftet. Aber nur in der neuen Version. Also, zumindest die ich jetzt gerade gespielt habe. Dann, ja. Oh, gerade nicht nach hinten geguckt. Okay. Ach, der ist ja immer noch da. Was ist denn das eigentlich für ein riesen Parkhaus? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, mal wirklich. Unter uns jetzt hier, ne? Das ist doch jetzt schon keine Ahnung. Die wieviel der Etage? Fünfte, sechste, siebte? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich zähl schon gar nicht mehr mit. Man muss auf, auf mich zu schießen. Das tut nämlich weh. Kaputt. Was machen die denn hier? Ah ja, nur wieder. Oh, kacke. Ah, kacke. Noch jemand? Ich glaube, ich hab ihn gerade ordentlich weggerotzt. Sah gut aus. Kommen wir machen. Ja. Jetzt sind wir in der 1. Endlich. Oh, Mann. Jetzt haben die uns die ganze Zeit bis hier runter. Uh, was ist denn das? Jackhammer. Oh, guck mal, hat sich schlafen gelickt. Oh. Doch, und? Ich hab eine Waffe, die sich da Jackhammer nennt. Oh, was ist das? Das ist ein automatisches Schrot, wie es aussieht, ne? Aber die hat mir gerade trotzdem nichts gebracht. Kacke. Äh. Mist. Vielleicht muss ich mir meinen Deathcounter selber mal auf irgendeinen Button binden, ja. So häufig, wie das hier passiert. Hallo. Aua. Ah. Oh, das sind schon zwei, ne? Oh, kacke. Das gibt's doch nicht. Oh. Guck. Hm. Ha, ha, ha. Beide erwischt. Oh. Ich versteck mich doch gar nicht. Ich versteck mich doch gar nicht. Was willst du von mir, du Lutscher? Wo ist er denn? Wo ist er? Ich muss sagen, für einen smarten Junge bist du manchmal ganz schön dickköpfig. Du bist ganz schön bescheuert. Warte. Meine Güte. Meine Güte. Ein Münz-Fernsprecher begann zu läuten. Ein Münz-Fernsprecher. Na, dann muss ich halt nur mal den Deathcounter selber machen. Ja, mich leider auch. Machst du bitte mal zwei auf dem Deathcounter zu. Ja? Max Payne? Wer auch immer Sie wollen. Hier spricht Alfred Wooden. Ich kann Ihnen den Namen mehres Feindes verraten. Kommen Sie sofort zum Asgard-Gebäude. Wir erwarten Sie. Danke. Im Land der Blinden. Wooden wartete auf den Stufen des alten Gebäudes auf mich. Mr. Payne, gehen wir hinein. Die anderen können nicht erwarten, anzufangen. Die anderen? Entgegen der gängigen Fehlinformationen ist dieses Gebäude tatsächlich zwei Jahre älter als das Rathaus und damit das älteste noch in Gebrauch stehende städtische Gebäude hier am Fuße der Brooklyn Bridge. Was Sie nicht sagen. Der alte Mann führte mich durch eine dunkle, gewölbte Halle. Die Antworten, die ich suchte, zeichneten sich weit im Voraus ab. Mr. Payne, ich möchte Ihnen meine Mitarbeiter des, wie wir es nennen, inneren Kreises vorstellen. Sie haben wohl zu oft Akte X gesehen. Sie kennen die Akten über das Projekt Valhalla. Wir können die Lücken schließen und sie mit den fehlenden Informationen versorgen. Wir waren alle an der Anfangsphase des Projekts während des Golfenkriegs beteiligt. Kommen Sie auf den Punkt. Wir würden diese Sache gerne an die große Gründe hängen und sind jedoch die Hände gebunden. Ihr Name ist Nicole Horn. Sie war die Schlützelfigur für das Projekt Valhalla. Als die Unterstützung gekürzt wurde, weigerte sie sich einfach aufzuhören. Sie wusste genau, was sie in ihren Händen hielt. Nicole Horn ist die Präsidentin der Acer Corporation. Sie kontrolliert mehr als die Hälfte der Stadt. Dies muss jedoch geheim bleiben. Wenn Sie damit an die Öffentlichkeit gehen, werden wir jegliche Kenntnis abstrahlen. Wir wollen, dass Sie sich hochgehen lassen. Anschließend können wir Sie beschützen und dafür sorgen, dass die Anklagen zurückgezogen werden. Das war das Stichwort für die Killer. Sie traten die Türen ein und schwärmten herein. Okay. Kommen aufs Maul. Wir stehen natürlich schwer bewaffnet... ...bei der Besprechung. Ich bin nur ein Stock. Gott sei Dank. Ich gucke mal. Ich gucke noch mal gerade hier. Das ist auch wieder so was Sinnloses. Gut. Dann gehen wir in den Keller. Auf hin und her. Hallo. Bienen. Wacke Bienen. Komm ich nicht da ran. So. Ey. Du Sack. Oh nein. Habe ich gesehen. Habe ich genau gesehen. Ah, dich habe ich nicht gesehen. Die habe ich gerade nicht gesehen. Die haben sich versteckt. Oh. Was sind das für komische Treppen? Äh. Hallo. Manchmal ist Max zu... Naja. Starrsinnig um eine Treppe hoch zu gehen. Oder so eine Stufe in dem Fall. Wow. Hallo. Oder kann ein Sniper. Ey. Du bist tot, Junge. Meine Herren. Da hilft mir auch diese... Diese Zeitlupengeschichte nix. Glaub ich. Oh. Nimm mich natürlich mit. Ne, komm mal. Nicht rein. Nix. Ey. Stürb. Mann, ey. Einer der Monitore zeigte die Überweste des inneren Kreises. Welcher denn? In der Mitte. Die sogenannte Leiche von Alfred Wooden stand auf, auf wunderbare Weise von den Toten erwacht und blickte selbstgefällig auf die Totenkameraden. Ich hatte keine Ahnung, wie er das gedreht hatte. Aber es war eine ziemlich schlaue Art, sich aus der Affäre zu ziehen. Das meiste von dem, was er gesagt hatte, passte zu gut, um dummes Zeug zu sein. So was. Hallo. Oh nein. Kommt natürlich wieder aus der hintersten Ecke rausgeschissen, der Typ. Hier ist ein Exit. Ne. Gut, wir gehen nicht zum Exit. Warum auch? Könnt man ja rauskommen aus dem Laden. Noch mehr Exits. Komm mal raus. Wir bewegen uns. Er wollte unbedingt ein Barbecue machen. Kann er gerne tun. In der Hölle. Au. Au, 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 au. Ne, 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 ne. So nicht, meine Freunde. Hier rein. Natürlich nicht. Mä, mä. Alarm. 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 Hm. Kaputt. Oh Jesus Der kam ziemlich schnell hinter seine eigene Granat hinterher Das ist mal unangenehm Keiner da Sehr gut Oh Oh Penkelos Okay, da hinten war was zum Sprengen Hups Boah, das hat Boom gemacht Kann ich hier vielleicht auch drüber umgehen? Schade Das hätte wohl sein können Was wir da irgendwie drüber gucken können Schmerzmittel voll, das hab ich aber noch nicht gelesen bei mir Boah Deswegen machen wir einfach mal eine Vollheilung Guck mal, ist die Wand weggebrochen Cool Uah, schreck mich doch nicht so In der Wand versteckt Wiese Sack Nein, 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 nein So viele Waffen mittlerweile, ey Ich bin so ein wandelndes Waffenarsenal Haha Hast du mir mal vorhin Botschaft Äh Ein Radio Was antworten Sie denen, die sagen, dass er der Stadt eigentlich einen längst überfälligen Dienst erweist? Mit diesem unsinnigen Kreuzzug ist er zu weit gegangen Er ist total außer Kontrolle, man muss ihn aufhalten und wir werden ihn aufhalten Das war Deputy Chief Jim Bravura vom New York City Police Department Hm Mh Bitte ist er aufmalen? Ne Gut Ah Ah, da ist noch mal eine Munition für den Granatenwerfer. Ich glaube, die haben ihre ganzen Schränke alle abgeschlossen. Das ist manchmal auch besser so. Weiß man ja nicht, was hier für Bürodiebstahl in Anbetracht der Tatsache passiert. Ich dachte mir, wir rühren es mal. Ausgerechnet dann ist kein Gegner da. Noch nicht! Natürlich! Was auch sonst? Geh weg! Auf dem Schreibtisch lag eine Videokassette. Eine Videokassette und das ist eine Mona Lisa hier oder was? Ne, sieht nur so aus. Ein Kopierer. Eine Videokassette. Mit Erpressung hatte Nicole Horn den inneren Kreis zum Schweigen gebracht. Das Band kam zusammen mit einer knappen Erpresser-Mitteilung auf teurem Papier. Ich erinnerte mich an Candy Dawn, die ihre Kunden beim Sex filmte und die Bände an den Maisbietenden verkaufte. Ich war sicher, dass Alfred Wooden mehr zu bieten hatte als nur bizarren Sex. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Band mir noch von Nutzen sein könnte. Okay. Geht alles nicht auf. Alles tot. Auch nicht. Wooden hatte mir ein Geschenk hinterlassen. Eine Schaltplatte oder was? Wooden hatte meine Mission genau geplant. Die kritischen Bereiche im Hauptquartier der ESA Corporation waren auf den Plänen rot umrandet. Das Büro der Präsidentin lag im obersten Stockwerk, direkt unterhalb ihrer Penthouse Suite. Die Aufzüge wurden von einem Sicherheitscomputer gesteuert, ein Teil des Zentralcomputers des Gebäudes. Das Ganze war hermetisch abgeschirmt wie eine Festung. Das sieht doch aus wie eine Schallplattenverpackung hier, oder? So eine Hülle. Ne, Strom. Der Siegeszug der ESA Corporation ist durch nichts aufzuhalten. Kaum zu glauben. Die Aktien steigen noch immer. Experten sehen eine Gefahr an dem Erfolg des Unternehmens. Einige behaupten sogar, dass die ESA Corporation ein größeres Monopol werde, als Microsoft es jemals gewesen sei. Okay. Kann sein, ne? So. Das ist zu. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Ich glaube in diesem Büro kann man einfach nichts mitnehmen. Schade eigentlich. Oh. Ach. Mann, ey. Die schießen zweimal, dann bin ich tot. Ich schieß fünfmal auf die und es passiert nichts. Siehste? 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 Ist doch kacke. Wer war denn da noch? Welcher Lutscher? Ah. Menno. Sind da noch einer? Wie keiner, ja. Hallo. 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 Oh. 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 Gefassbar. Ey. Eine Güte. oder? Oh. Das ist Min. Oh. Die kommt von hinten, oder? Wüsste ich auch gerne mal, was ihr wollt. Ich nachhalte dich an die Wand, du Drecksack. Samt deinen Innereien und allem, was du zu bieten hast. So mache ich das. So und nicht anders. Ich glaube, ich nehme mal die Duel-Bürste. Vielleicht geht er nicht besser. Der Feind kaputt. Außer zuge Türen. Bin ich nicht von hier? Ich dachte, wir hätten ihn nicht bekommen. Okay. Das muss ich täuschen. So und das ist der Übergang. Da kommen wir nicht rein. Also müssen wir jetzt noch... Hör doch auf! So, auf Distanz schieße ich jetzt nur noch mit dem Ding, ey. Kriege ich wenigstens was tun. Hör mich doch. Aha! Jetzt bin ich hier. Okay. Ne, hä? Das ist wieder ein anderer. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, ich bin ja von oben gekommen. Stimmt. Alles klar. Jetzt verstehe ich das. Ich bin von oben gekommen und habe hier unten die Randalierer wegrandalisiert. Oder so ähnlich. Glaub ich. Oh. Oh. Das beste Filmende aller Zeiten. Das ist bei Butch Cassidy und Sundance geht. Ein Film nach Geserde. Mit der Waffe in der... Nee davon gehört. Nein? Oh. Butch Cassidy. Ja. Dann großartig der Film. Gibt so einen Film mit Butch Cassidy Bande. Ich weiß gar nicht mehr von wann ist denn der. Ich glaube aus den 90ern oder so. Der ist wirklich großartig gemacht. Echt nicht schlecht. Muss ich gut angucken. Gut. Es wird keinen interessiert, dass ich hier gerade Alarm ausgelöst habe. Oh gut. Spannend. Alles gut. Unterhalten Sie immer noch über Ihren Film? Au. Was ist da denn passiert? Was war das? Ach, da ist eine... Ey, die habe ich nicht gesehen. Diese Kackmin. Hey, 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 hey. Geh kaputt, Mann. Was ist das? Was ist das für einer? Gar nicht gesehen. Nö, können wir da drauf schieben. Hallo? Jetzt. Uh. Ja. Ob ich das einfach so kaputt kriege? Oh, ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß. Meist wie bei einer Granate. Das ist mir ein bisschen sicherer. So auf die Distanz halt eben, ne? Da kann man ein bisschen vorsichtig sein. Da will ich ja nicht unbedingt unnötig ableben und den Deathcounter in die Höhe treiben. Das muss ja nicht sein. Oh. Kapitel 6. Ich hatte von Rache geträumt. Ich hatte von Rache geträumt. Diese Träume waren immer Albträume. Vom Näherkommen und Anfallen. Jetzt war ich nahe dran. Oh, ich hatte einen Namen, der mich führen konnte. Nicole Horn. Auf die Horni ist? Was soll denn das? Oh, weißt du, den einnehmen habe ich doch schon. Ich dachte, der wäre schon... Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Oh. Warte. Der andere ist vor allem noch gelaufen. Das willst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass der überlebt hat. Oder? Der lebt noch. Wie kann er noch leben? Drecksack. Elender. Oh, was? Lauf, hören. Meine Güte. Diese Typen, ne? Hammert. Der das überlebt hat eben. Mal. Es gab reihenweise Schränke voller Akten. Die Geheimgesellschaft hatte eine lange Tradition. Immer hatte sie aus dem Schatten Gefährt gezogen. Es tat mir nicht unbedingt leid, dass Wodens Zug in seinem byzantinischen Kräftespiel die Mitgliedschaft auf einen einzigen reduziert hatte. Ich sollte für den alten Mann aufräumen. Es war ja auch meine Unordnung. Gerade gehört, dass sich jemand bewegen soll. Ich weiß nicht, ob ich gemeint war. Vielleicht. Aber der hätte ja nicht euch gesagt. Ich bin da auch. Hä? Ah! Nein! Shit! Ach, nicht schon wieder von vorne! Was ist denn das für eine Explosion, ey? Äh... Das war ein T zu viel. Ne, du hast ein T zu viel geschrieben. Das waren dann auch schon zwei Tote, ne? Der innere Kreis hatte schon einiges vorzuweisen. Projekt... Oh... Bald comes in! Hör auf damit! Hey, du bist schon. Oh... Guck.... ... ... ... ... ... ... hier auch wieso ist denn da nicht tut das ist ja weißt du wenn ich daneben stehe neben dieser explosion dann gehe ich direkt die jungs juckt das ein scheiß dreck das gibt es doch nicht sehen ob ich jetzt sterbe wenn ich hier drunter stehe nein gut etwas wo bist du denn nein lass das mag nicht sterben komm jetzt da hoch ich hier über die regale klettern oder was so machen wir das mal geschafft ich bleibe stehen das juckt den gar nicht Mein Güte, der hat echt Der muss doch unbedingt joggen Der muss unbedingt joggen Da hat er voll Bock drauf Drecksack Zum Glück geht er relativ schnell nach, man muss nur sagen Jetzt sind wir hier schon längst mal Rage quittet Oh, Herr Unglück Hallo Wie kommt denn da für ein Ploch raus, ey? Darf ich da jetzt hingehen? Das hat Glück noch aufgehört Oh nein, oh nein, oh nein Ich brauche jetzt hier, bis die kommen Komm doch Türen machen hier auch, was sie wollen, oder? Hallo 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 Gut, da trete ich mal, glaube ich, nicht rein Da kann man ausnahmsweise mal schön drum rum navigieren Oh Warte, warum haben die das hier alles vermint? Alles, komplett alles vermint Oh Oh Scheiße Ach, Mann Muss ich da nicht hoch? Ich glaube schon, oder? Wie komme ich denn jetzt da hoch? So, zum Beispiel Das wäre unser Weg nach oben Oh 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 Wir haben 8 Pain Kilos Oh Nehme ich doch gleich mal ein Okay Keine mehr einsammeln Bleib offen Blöde Tür Ist nicht Ist nicht Ist nicht, du Drecksack Ah Hallo Ist natürlich wieder keine In diesem Land Oh Präzisionsgewehr Das finde ich sehr gut Nehme ich doch glatt mit Der Retter ist voll Schade Okay, wo kommen wir jetzt rein? In den Presseraum Hallo Spür ist hier keiner Da Die Tür hat nochmal echt Probleme, ey Hmm Gehn mir so nochmal ein Präzisionsmoniet Nehme ich gerne mit Dann brauche ich die jetzt wahrscheinlich Ich sag's doch. Braucht die jetzt hier wahrscheinlich. Bin ich ganz oben in dieser Kuppel drin? Oder war ich hier vorne? Nee, sieht nicht so aus, als wäre ich schon mal gewesen. Hat auch ein Sniper. Drecksack. Und tschüss. Ist hier noch jemand? Wann da unten von rein? Da sind wir doch hier schon mal gewesen. Zumindest so etagentechnisch. Weiter unten. In diesem Räumchen. Nochmal Präzisionsmonie. Das finde ich sehr gut. Damit kann ich wenigstens umgehen. Wer da? Noch da unten. Dann sehr auf damit. Da ist nicht in Ordnung. Dann ein. Weg. Weg. Hier ist ein Exit. Exit. Ich frage mich, warum dieser Befehl nicht geht. Ich tüb' ich den auch nochmal ein. Da geht er kommen schon also. Wenn er es ja heute macht, dann geht er nicht. Das sieht mir einfach sehr nach vielen Gegnern irgendwie aus. Rundhör. Ja, wüsste ich es doch. Nein, 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 nein. Du behältst mal deine Scheißgranate schön für dich, du Drecksack. Kannst du dir sonst wohin stecken? Und wenn es quer in den Arsch ist. Und wenn es quer in den Arsch ist. Oh, diese Tür ist einfach aufgegangen. Und da keiner ist. Geht er einfach um die Ecke. Hier waren wir schon mal. Guck mal. Ein Rundgang. Das ist glaube ich hier lang, oder? Oh, was soll denn das? Tod durchsterben. Äh, kacke. So, hier waren wir. Nee. Komm her. Boah, ey. Das gibt aber auch ordentlich. Nehme ich damit ziemlich die hier. Oh, nein, 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 nein. Das sind die Snipertypen. Aua. Ich habe ihn nie mal gesehen. Gemeint zu mir. Ich habe ihn nie mal gesehen. Tja. Komm. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Oh, mit der Kange. Hallo. Geh ich in der Tür. Auch geil. Geh kaputt. Oh. Da wollte ich nicht sterben. Hallo? Noch jemand? Ich hoffe einfach mal nicht. Oh, meine, Mann. Dann, jetzt gehe ich doch schon wieder hier lang. Hier war ich doch vorhin schon mal. Verdammt, hab da alles weggeräumt. Was soll das? Hä? Warum macht man das? Konos. War das vorhin hier, oder? Weiß nicht mehr. Ne. Doch nicht, oder? Ich habe keinen Plan mehr. Nein, 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 kommst du rein, kennst du alle. Sicher, unser Übnis ist ganz okay. Aber das, ist jetzt zur Arbeit. Das ist das Gerichtssache. Das Gericht ist Astronaut. Das Beste von allem. Du darfst jedes Arsch besitzen, dass die Gefähre kommt. Jetzt zum Glück. Die Jets braun. Das schützt. Na klar. Freilich. Ich weiß ja auch keine Granate rein. Bin ich ja selber schuld? Ich bin ja selber schuld. Warum habe ich keine Granate reingeschmissen? Wäre ja einfach gewesen. Nein. Puh. Tricksack, ey. Ich habe die Mollys noch nie ausprobiert. Fört mir gerade rein. Oh. Ja. Huch. Ach, hier waren wir in dem Raum vorhin. Hier sind wir rausgesprungen. Nein, ist klar. No input. Gerade eigentlich. Oh, haben wir es geschafft. Hallo Dirk. Ja, lass uns das zu Ende bringen. Oh nein. Oh nein. Das sind wieder solche, die nicht tot gehen. Aber ich. Kacktypen. Hier riecht nach Maggi. Ja, weil ich nicht treffe. Ich weiß. Lasst uns das zu Ende bringen. Geht da. Guck dir an. Der geht nicht kaputt. Der geht nicht kaputt. Oh! Shit! Den hab ich nicht g'sehen. Oh, die sind aber auch Hass, die Typen, ne? Ey, ernsthaft. Geh'n nicht kaputt, iss' ich einfach nur. Mach' ihn fertig! Knall' dir ab! Ja, mach' ihn fertig. Dein Gesicht, ey. Geh' es zu Ende bringen. Oh, oh! Hahaha! Ah! Ja, nicht Brett vor'n Kopf, sondern Säule vor'n Schädel. Unfassbar! Ich nehm' jetzt einfach wieder den Sniper. Bandbreite ist zu übel. Oh, schade. Macht ihn fertig! Knallt ihn ab! Okay. Lasst uns das zu Ende bringen. Oh! Das wackelt so sehr. Treff' ich nicht. Oh, kacke! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab' da'n andere Waffe ausgewählt als die. Was ist da los? Nein? Der ist doch da hinten! Der wollte nicht, ne? Jackhammer. Okay. Der war's für'n Jackhammer. Ja, danke für's fröhliche Sterben. Es passiert auch so. Lass' mal. Wo sind wir denn jetzt eigentlich mittlerweile? 92. Oh Gott, haben wir fast verdoppelt heute. Hahaha. Kacke. Oh. Geht. Gut, die Vorgehensweise war nicht gerade originell. Nicht so, als wäre das noch nie dagewesen. Auge um Auge. Der erste Grundsatz der Rache, alt wie die Erde selbst und immer noch gültig. Ja. Die oberste Regel eines Killers war, seinen Job nicht persönlich zu nehmen. Zum Schluss war er es dann doch meistens. Zumindest bei mir. Ich nahm mir Zeit, fuhr durch die verschneite Stadt spazieren. Es gab keine Heim. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Dachte darüber nach, baute ein wenig Wut auf. Ich peigte den geborgenen Schlitten am Vordereingang des Hauptquartiers der Acer Corporation, stieg aus, ging rein und legte los. Eine meiner Kugeln trug den Namen von Nicole Horn. Ich hatte tausend Kugeln mit dem Namen der Schlampe drauf. Sie verfügte über Ultra-Hightech-Sicherheitssysteme und genügend Söldner und Waffen für den Beginn des dritten Weltkriegs. Ich verspürte keine Angst. Ich verspürte keine Angst. New York verschwand hinter einem Schleier aus Schnee. Ich war über die Schwelle getreten. Dies war ihr Revier, glatt, sexy und seelenlos. Alles Glas und Stahl. Ein Ort voller farbcodierter Sicherheitskartenschlüssel, Metalldetektoren und Überwachungsanlagen. Hm. Alles gut, hm, bei dir? Ich hoffe doch auch. Verdammt kalt. Kälter als der Lauf einer Pistole. Na gut. Ein paar Minuten machen wir noch. Aber nicht mehr viel. Geil. Hier. Oh, shit. Mann, ey. Kiechelt hier lang. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach komm, das gibt es doch nicht. Ja, nee. Läuft nicht. 94. Ich korrigiere. Boah, ist heute echt wieder mal. Hammer, ne? Ey, die sterben aber auch nicht. Guck dir das doch an. Granat werfen. Granat werfen und juck die nicht. Oh, der ist gehumpelt. Einer ist jetzt tot, oder wie? Einen einzigen habe ich mit diesen doofen Granaten getroffen. Ach. Meine Fresse, ey. Ich spiele aber auch wirklich eine Scheiße heute zusammen. Heute? Ja, vom Allgemeinen gerade. Oh. Ja nun. Zum Glück habe ich das Sniper. Oh. Aha. Ich wollte gerade sagen, zum Glück trifft er nicht. Mal an einer Wette teilnehmen, wie viele es am Ende sein werden. Also 95 jetzt offenbar. Gerade. Ach, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die 100 erreichen wir noch. Ah. Shit, ey. Ey, ich treffe aber auch nicht, ne? Nicht mehr feierlich. Ich glaube, ich geh mal zwei Meter weiter nach hinten. Brustrieme etwa 50. Es kommt hin. Es kommt ungefähr hin. Am Ende von Max Payne 1? Ja, das sind ein paar mehr auf jeden Fall. Wir treffen ja trotzdem! Wir müssen mal wissen, wie lange das Spiel noch geht. Ja eben. Wir hatten das ab der Hälfte angefangen zu zählen. Das ist es ja. So, komm schnell wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt tot war. Hallo? Ja, wow. Hä, wieso hat das nicht getroffen? Verdammt nochmal. Jetzt. Aua! Und sich auf damit! Was ist denn das für eine Polizeistation hier? Alles verteidigt wird mit Granatwerfern und so. Ne, am Anfang bin ich auch nicht so derbe oft krepiert. Das stimmt. Zur Not kann man das noch nachziehen. Ja, viel Spaß. Wenn du die Zeit hast, das nochmal alles nachzugucken. Die, keine Ahnung, vier Stunden oder so. Kann sie gerne tun. Ist ja nebenbei Zeit, ne? Gibt acht Kapitel in dem Akt. Wie viele Akte gibt es insgesamt? Sechs, sieben. Weiß es nicht. Ein kleines Stück geht das gerne noch. Ja, das will ich auch hoffen. Wäre ja langweilig. Okay. Stahlsäulen, die gehen nicht kaputt. Vorhin, die sind kaputt gegangen. Ha! Na, 200 bis 250 auf jeden Fall. Locker. Aber man stirbt halt auch sehr schnell, ne? Das muss man ja auch bedenken. Ha! Ich habe hier doch gerade eben eine Granate hochgeworfen. Wäre es beinahe wieder passiert, ne? Na, jetzt gehst du auf einmal kaputt. Ich sterbe schnell. Ne, aber die, die geben einem aber auch ordentlich mit hier, ne? Also, das müsste wirklich sein. Das ist halt echt übel. Und da kann ich noch so die, äh, Dingens benutzen. Kriege ich die trotzdem nicht tot. Das ist mal Zufall. Ha! Noch so die Quicktime benutzen. Das ist, äh, echt manchmal übel. Das sind ja die einfach nicht kaputt, die Jungs, ne? Geben mir mit, weil ich stehen bleibe. Ich bleibe. Ja, ich muss ja auch zielen. Äh. Ach, mach doch selber. Bullet Time. Ja, von mir aus Bullet Time. Oh. Toll. Danke. Geh weg. Kam wohl ne Mehl rein. Habe ich vergessen auszumachen. Hm. Toll. Ja, guck mal, wie alt ist denn das Spiel mittlerweile auch, ne? Schon ein paar Tage her. Nein, nicht schießen! Durch. Geht kaputt. Guck doch mal. Der schießt dreimal, ne? Und gibt mir so dermaßen mit. Ich schießt zehnmal. Und es passiert einfach nichts. Ah, ich will ja nicht Mimimi machen. Aber, ne? Es ist ja so. Und sie kommen aber wirklich auch in Scharen. Muss man wirklich sagen, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube nach oben, ne? Verdammte. Kacke, ey. Äh. Äh. Ne, Pankele ist einfach mehr. Oh, gut. Nimm ich mit. 2001, ja. Es kam 2001 raus. Oh. Ähm. Ach, hier sind wir jetzt. Ah. Mitnehmen natürlich, ne? Ich doch. Hm? Was war denn? Äh. Du bist sehr stolz auf dich. Du hörst eine erste Holzhütte in ein Bett. Machst gerade Glas. Spielst du das im Überlebensmodus? Ja. Im Überlebensmodus ist nix freundlich. Also Survival ist nix freundlich. Da kommen das nachts schon ganz gerne mal ein paar Creeper. Das ist nix freundlich. Also wenn du was freundliches spielst, dann bist du im Creative-Modus. Ja, aber da kannst du auch bauen, wie du lustig bist. Da hast du noch keine gesehen? Okay. Dann hast du wahrscheinlich die Gegner ausgemacht. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Die können auch friendly kommen nix. Das ist richtig. Deswegen hast du ein Bett. Das ist richtig. Die Betten sind zum Schlafen da. Oh nö Och nö Och nö Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Friendlich? Schwierigkeitsgrad friendly? Das ist ja geil Boah Nein! Was soll denn das? Was soll denn das? Was ist denn das für ein Scheiß? Da kommt doch noch ein Gegner Mann, das macht mich jetzt echt aggressiv Das muss doch nicht sein Ernsthaft? Miese Drecksäcki Au Spiel doof Ernsthaft, was ist denn das für eine Kette? Speicher jetzt Ist mir egal Oh Ha Siehste Beim dritten Mal Alle guten Dinge sind Aua Ah Irgendwann wenn ich nicht hingucke Mann Ja Der ist Er ist wirklich ein Sadist Der Nightbot Drecksack Mona Gut sehen Sie aus Max Wir müssen aufhören Uns so zu treffen Er schneit es in der Hölle Als dass ich mich von einem Drogenbullen aufhalten lasse Miss Sex Erledigen Sie Ihren Job Nur die Ruhe Max Du bist einer von den Guten Ich töte doch keine Guten Sie sind auch gar nicht so übel Es war was anderes Als Hornpuncinello umnieten wollte Um ihre Mafia-Verbindungen zu verwischen Er hatte den Tod verdient Das gleiche gilt für Sie Sie ist hier der böse Bube Ihre Schwester überredete sie mir zu glauben Ich kannte die vorliegenden Geister Sie lächzten nach Rache Max Sie haben wieder einige Klatsche gekriegt Ein Pistolenschuss krachte Und sie fiel in Zeitlupe zu Boden Sie war ein nettes Mädchen Nicht wirklich ein eiskalter Killer Aber jetzt war sie eiskalt So kalt wie der Tod Wie religiöse Fanatiker Griff mich nun Nicole Horns Privatarmee an Oh nö Ah nö Warten wir müssen nachladen Und mich heilen Ha Hier hatte ich viel Platz zum Wegrennen Gebe ich zu Das war gut Hey weh hier kommt noch einer Herrscht euch Muss der jetzt rein Hallo Als der Aufzug wieder nach unten kam War Mona verschwunden Da war jede Menge Blut Aber keine Leiche Irgendetwas klickte ein letztes Mal Mein Verstand war niemals so klar gewesen Als wären irgendwo hoch da oben Die Sturmwolken bereits verschwunden Und kühle Sterne funkelten am Himmel Was bei 100 Toten Gibt es eine Waschmaschine Wer soll die bezahlen Du oder was Nicht da Ah nein Oh nö Wie soll ich dann Das jetzt Wer baut denn bitte in einen So einen Kackschacht Jetzt noch nie Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun Was soll denn das Sorry Aber das ist doch echt lächerlich Minen in einem Aufzugsschacht Wo gerade noch jemand nach oben gefahren ist Really Lächerlich Absolut lächerlich Kann man nicht anders sagen Entschuldigung So ein Quatsch Aber da kommt keinem mehr So eine Unsichtbare oder sowas Man weiß ja nie hier Sadisten ey Nur Sadisten Diese Level Designer Boah Ich bin schon aggressiv Hör auf Du weißt wovon ich rede In allen coolen Actionfilmen Entsprechend von den wirklich coolen Ist es als würdlich Seidene in der Actionfilme Langsam ablaufen Man sieht in Zeitlupe Die Kugel durch die Kugel Und den Helden entdecken Hier sind so viele Gegner Hallo Puh Hey 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 Das waren vier Stück eigentlich nur Ne Irgendwie Aber gefühlt haben sie Waren es irgendwie 100 Ich weiß nicht Wo bin ich jetzt lang Links Rechts Links Rechts Rechts Kurz noch weg Es ist aber offenbar egal Wo ich lang gehe Weil es alles zum selben Raum führt Puh Ähm Oh Machst du Spender Jetzt muss ich pinkeln Was ist das? Mit dem Aufzug hatte ich Zugang zum Großrechner Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken Und in ihr Büro gelangen Ach du Kacke Ich ging doch kaputt Hab ich nicht gespeichert Nein ich bleib nicht stehen Da krieg ich wieder Geschimpftes Mit dem Aufzug hatte ich Zugang zum Großrechner Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken Und in ihr Büro gelangen Ich weiß dass ich die Bulletin benutzen kann Aber nicht wenn von beiden Seiten Das bringt nichts Es gibt einfach wieder mal zu viele Gegner Ach Mann Kacke da Da fehlen jetzt noch zwei So wir haben die 100 Tode geschafft Ähm Ich würde mal noch zwei hinzufügen Aufzug hatte ich Zugang zum Großrechner Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken Guck dir das doch mal an Ich komm ja nicht mal zu den Painkillern hin Ich komm ja nicht mal hin Aufzug hatte ich Zugang zum Großrechner Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken Und in der Büro gelangen Die fressen aber auch ohne Ende Drei Stück sind es Die machen mich so fertig Boah Sind wir jetzt nicht bei 104 schon Ich hatte ich Zugang zum Großrechner Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken Und in der Büro gelangen Guck dir das guckt doch an Ein Schuss und ich bin tot Das ist doch lächerlich Das ist lächerlich Ich hatte ich Zugang zum Großrechner Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken Und in der Büro gelangen Der Bot kommt nicht hinterher Du kannst auch so die Zahl direkt reinschreiben Also das geht auch Oh Junge Es ist unfassbar Also geht noch Ich hasse euch alle hier Alle wie ihr hier liegt Tod Ach süß Nein Güte Fahren wir noch unten Oder wie Was Was Warum Da rechnet doch keiner mit Mach nochmal bitte noch einen dazu Das ist doch Das ist doch Arschig Das ist arschig hoch 10 Boah Na komm Hüsste du Drecks Heli Wie dumm Einfach nur Ja Mach doch eine Lach zu voll langsam Ey Der Aufzug steckt fest Ist das jetzt euer Ernst Ich soll da rüber hüpfen Wer denkt sich denn so eine Kacke aus Oh Nee Der Helikopter ohne Kennzeichnung war Horns Leibwächter unmenschlich und fehlerlos Er verfolgt Ernsthaft Nichts Nichts Guck mal mit der dicken Knarre ne Mit der dicken Knarre gehen die nicht mit einem Schuss tot Das gibt es doch nicht wirklich Das gibt es doch nicht wirklich Ah Räge ich mich eigentlich noch auf Was räge ich mich eigentlich noch auf? Ohne Kennzeichnung war Horns Leibwächter unmenschlich und fehlerlos Er verfolgte mich Kack hier Was ist das denn da nis? Räge Leibwächter Okay nischt ey Wie sind wir denn jetzt schon wieder? Was ist denn das für ein Bunker? Oh nein Hey Warte mal auf Ich treffe doch nicht Ich klaffe aber so nicht offenbar Ist der Ruderaum fürs WLAN Ja scheinbar Beweg dich nicht Ja Das waren schon wieder zwei Das ist so unfassbar Hier ist ja gar keiner Wo kommt denn der bitte her? So schnell vor allen Dingen Was? Ja ansonsten so fröhliches sterben halt ne Das ist feuchtfröhlich Wo kam denn der her? Hallo? Ich glaube ihr würdet hier auch nicht anders spielen Glaubt mal Ja geil Oh das ist unfassbar So oft daneben schießen Raus Jetzt kommt der andere Drecksack nicht wieder Wo ist denn der? Da ist er So Weg mit dir Hä? So Jetzt halten die auch noch zwei Schuss aus dem Rifle aus oder wat? Boah Das Spiel hasst mich heute wirklich Beruht jetzt mittlerweile auf Gegenseitigkeit Ich geb's zu Ich hasse es jetzt mittlerweile auch Och ne Ey eben waren hier vor allen Dingen drei Typen Wo ist denn der letzte eine? Da sind wieder keine Böcke 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 Hallo? Hallo? Was? Was? Mikrowelle oder was? Oh ne Mikrowelle Ja Ist keine Tür? Nichts? Wo sind wir denn hin? Ach wahrscheinlich hier drüber balancieren ne? Uuuuh balancieren ich hasse balancieren Oder? Ist aber auch keine Tür Irgendwo ne Tür? Nö Hä? Was ist das für ein komischer Raum? Knöpfchen drücken? Nein Keine Knöpfchen Die Tür hier ist rot Sind alle rot Hä? Hallo? Im Wald verlaufen Passiert Hä? Die Drecks Tür da oben geht nicht auf Muss sie aufgehen Hallo? Hallo? Elevator Access Ich hab keine Ahnung Ähm Ach guck mal Wo kommst du denn jetzt her? Wo kam die denn jetzt her? Hä? Hä? Habe ich was nicht getriggert oder was? Habe ich was nicht getriggert oder was? Seinbar Ja ich hab was nicht getriggert Was hat das für ein Knet? Komm doch! Hä? Ja schönen Dank auch, dass du das jetzt schon vorher gemacht hast Ach ne, war schon danach Ne, alles gut, alles gut Ich hab nichts gesagt Hä? Komm doch! Wie kommen die denn jetzt her? Wie kommen die denn jetzt her? Die spawnen hier Darf ich jetzt? Ich darf keinen Aufzug fahren Was passiert hier? Und Sicherheitsschlösser waren jetzt alle offline Es ging los Oh! Ich dachte wir eine Granate Scheiß Die waren drin Ach gucke Ach gucke Woah! Das Das kann doch nicht wahr sein Dass in jeder verschissenen Ecke Ein Gegner steht Was soll denn das? Oh man ey Entschuldigung, dass ich laut werde Aber das ist doch echt lächerlich Und Sicherheitsschlösser waren jetzt alle offline Es ging los Der ist grad gespawnt Oh! Drecksack Mann! Es reicht Ich muss mal zu voll langsam, ey Und Sicherheitsschlösser waren jetzt alle offline Es ging los Das war toll Unfassbar Wer jetzt wenigstens tot? Natürlich nicht Ruski hält viel aus Ivan, geh kaputt Das ist jetzt was zum heilen, ey Sorry Ich echt, ähm Ja Boah, gut Ich muss das auch machen jetzt Hoffentlich kommt nicht dieser Drecks-Heli wieder Aber bestimmt, ne? Ja Jaja, da ist er Höre ihn! Von dieser Höhe betrachtet streckte sich die Nacht bis in alle Ewigkeit aus Im Toben des Schneesturms lag eine Spur Verzweiflung Als wollte er zum Schluss noch einmal alles hören Ja Verzweifelt bin ich Wirklich Ich 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 Ich